Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends, wollte ich gerade sagen. Nein, natürlich Warcraft 3. Heute spiele ich ein 1 vs. 1, habe mich für Undead entschieden. Ja, und mein Gegner spielt ebenfalls Undead, also ein Undead Mirror. Er befindet sich hier oben. Hier gibt es hier die neutralen Creep Spots, die großen roten, die kleineren. So, und ich werde ganz normal auf Fiends gehen, mit dem Death Knight. Also, wirklich alles standardmäßig. So, ich denke wirklich Mass Fiends. Und dann mal schauen. Ob ich später vielleicht noch ein paar Abos dazu hole. Aber das wird sich halt zeigen. Jetzt noch den Shop. So. Aufpassen muss man natürlich immer wegen Ghoul Rush. Allerdings ist diese Map ziemlich groß dafür. Ich habe meine Base auch relativ gut zugebaut. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So. Und den ersten Ghoul ins Holz. Also den zweiten natürlichen, nachdem der schon da ist. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Jetzt sind das halt. Was liegt an? Und gleich kann ich die erste Fiend holen. Und zack. Passt alles. Also von der Build Order her alles toll. Hat gut funktioniert. Und nochmal schauen. Ich denke mal, gewinnen wird dieses Spiel derjenige, der am schnellsten Creep. Somit wollen wir hier mal richtig Gas machen. Gibt hier leider keinen Heilbrunnen oder ähnliches. Die Zeit ist gekommen. So. Der ist halt schon da. Komm. Meine Geduld ist erschöpft. Ihr habt gerufen. So. Der nächste Fiend auch gleich. Der schliefer abwacht vorwärts. Bei Leerung. Meine Rache gehört euch. Mit dem Death Knight natürlich nie zu viel Schaden nehmen am Anfang. Oh, Handschuh der Horst nehmen wir gerne. Ihr habt gerufen. Meine Geduld ist erschöpft. Meine Rache gehört euch. Das macht das dämliche Schaf hier. Meine Geduld ist erschöpft. So. Meine Rache gehört euch. Meine Geduld ist erschöpft. Gibt's doch nicht. Krieg ich hier jeden Bolt ab, ey. Oh, Gürtel der Gigantenkraft. Zuerst mal Up in den Tag. Buch der Gesundheit. Vollerhand der Beweglichkeit. Ich bin die Dunkelheit. So. Und jetzt gehen wir erstmal einen kleineren Creepspot an. Währenddessen jetzt. Nächsten Zigoratz. Auch gleich zwei. Und Death Knight kann ruhig mal ein bisschen weiter hinten stehen. Ich bin die Dunkelheit. Ich bin die Dunkelheit. Meine Rache gehört euch. Oh, der Streitskräfte werden angegriffen. Okay. Ziemlich viele Tore, der Gutste. Meine Geduld ist erschöpft. Meine Geduld ist erschöpft. Ihr habt gerufen. So. Go machen. Machen wir gleich mal das Angriffs-Upgrade mit hier. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Noch eine weitere Fiend. Meine Geduld ist erschöpft. Wie ihr Befehl. Ein Wächterschutz-Zauber. Meine Rache gehört euch. Für den Lichtkönig. Den setzen wir gleich mal hier oben. Jetzt gehen wir mal die Echse. Nee, hier erstmal den Shop. Hallo, hoch hier. Mal lieber da oben ein bisschen freikreepen. Tech ist auch bald durch. Ich bin die Dunkelheit. Ich bin die Dunkelheit. Ihr habt gerufen. Ausbau abgeschlossen. Ich bin die Dunkelheit. Meine Rache gehört euch. Ich bin die Dunkelheit. Ein Unverwundbarkeitstrank. Und den Lichter in Auftrag geben. Volianter Kraft nehmen wir natürlich auch sehr, sehr gerne. Ich beuge mich eurem Willen. Ich gehorche mit Freuden. Meine Geduld ist erschöpft. So, ruhig noch ein bisschen runter hier. Stufe 4. Ein großer Mannertrank. Ausbau abgeschlossen. Meine Geduld ist erschöpft. Ihr habt gerufen. So seid. Leitet mich. Und weiter auf Tier 3. Euer Befehl, Meister. Meine Rache gehört euch. Wie ihr befehlt. Auf wenn ihn kommt. So, Momentos von ihm. Noch nichts. Oder fast nichts zu sehen, ja? Bei Nersul. Euer Befehl. Ich bin auf Nersul vereint. Meine Geduld ist erschöpft. Leitet mich. Ich bin die Dunkelheit. So, mal das defensive Upgrade. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Leitet mich. Heiskalt. Meine Geduld ist erschöpft. Heya! So. Na, ruhig auch ein bisschen was Defensives hier mal. zu dienen. Ja, Meister. Wer weiß, mit was er gleich kommt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich bin die Dunkelheit. Es ist mich. Es ist mein Lieber. Meine Gapel gehört euch. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Was macht hier? Meine Geduld ist erschöpft. Ich bin die Dunkelheit. So. Leitung abgeschüttet. Leitung abgeschüttet. Leitung abgeschüttet. Leitung abgeschüttet. Gläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Ich bin auf Nersul vereint. Meine Geduld ist erschöpft. Halt. Handschuhe. Äh, 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 wo wir zuhören. Ich bin die Dunkelheit. Handschuhe der Hast geben bei ihm. Ich bin die Dunkelheit. Meine Geduld ist erschöpft. Das sieht doch schon gut aus. Mein Leben für Nersul muss achten. Ich bin die Dunkelheit. Für den Lichtkönel. Ausbau abgeschlossen. Boah. Ich bin auf Nersul vereint. Geh mal stiften, Junge. Meine Geduld ist erschöpft. Euer Befehl. Ich bin die Dunkelheit. Meine Geduld ist erschöpft. Ihr habt gehofft. Leitung abgeschüttet. Meine Geduld ist erschöpft. Euer Befehl. Intelligenz nehmen wir natürlich mit dem Licht. Ihr habt gehoffen. Jetzt ziehen wir uns ja auch mal zurück. Wo soll mein Blut vergossen werden? Euer Wille geschehe. Dort kann ich nicht beschwören. Euer Wille geschehe. So. Wie ihr befehlt. Vorwärts. Ich bin die Dunkelheit. Ich bin die Dunkelheit. Jetzt holen wir gleich einen Goblin-Schredder. Ich bin auf Nersul vereint. Euer Befehl. Meister. Aber erstmal muss ich hier ein weiteres Zillowat bauen. So, go go Mino freimachen Und ziehe ich gleich hinter, ja Weif des Adels Meister Ja, Meister Die Beschwörung ist abgeschlossen Die Beschwörung ist abgeschlossen So, einen Gobelinschredder brauche ich aber unbedingt jetzt Na los, cool Run, run Was liegt an? So, halten wir erstmal das Web-Upgrade Wenn denn gleich mal das Holz reicht So, jetzt Stufe 5, da ist Neid Oh, schnell die Klaus Die Beschwörung ist abgeschlossen Die Beschwörung ist abgeschlossen Das ist von den Farben her aber auch schwer zu erkennen, ja So, jetzt die Na gut Lass mal zurück Mein Leben für Nersul Euer Wille geschehe So, insgesamt sah es aber dennoch ganz lockieres, denke ich So, wartet denn Einwärmenbrechen nochmal ab Damit ich nochmal eine Statue holen kann Und euch stets zu Diensten Tod und Teufel Meine Geduld ist erschöpft Leidet mich So sei es Meine Rache gehört euch Die Beschwörung ist abgeschlossen Die Beschwörung ist abgeschlossen Stimmlich gehe ich mir hier noch die Verderbnesskugel holen Halt, nein, mach ich jetzt nicht Meine Rache gehört euch So Für den Lichtkönig Da geht er flitzen Oh, hier hat er eine Echse Wir holen uns natürlich gleich mal Die ganzen Upgrades So, nun gehen wir hier oben gucken Wenn er dann nämlich Nicht auch eine Echse haben sollte Sieht es übel für ihn aus Hat er nicht, da ist er Kommt ihr wohl nach? Ja Oh, Portetauber direkt raus Und das sieht doch schon hier Sehr, sehr gut aus Shade Wo ist er geblieben? Da Schicken wir ihm erstmal in seine Base Die Beschwörung ist abgeschlossen Die Beschwörung ist abgeschlossen Noch ein folianter Kraft Hier gibt es glaube ich noch was zu creepen Oh yeah Oh, Close of Attack nochmal Ihr habt gerufen Wie ihr befehlt Ich wünsche nur zu dienen Mein Schicksal ist bedenkt Die Beschwörung ist abgeschlossen Die Beschwörung ist abgeschlossen Ja, Meister Meine Rache gehört raus Die Beschwörung ist abgeschlossen So Hier hat er gesagt Goldmine fast erschöpft Dann können wir schon mal Vier von hier In die nächste Mine schicken Ausbau abgeschlossen Ich habe den Luf vernommen Ausbau abgeschlossen Meine Geduld ist erschöpft So Mit denen gehen wir hier oben Abdecken Und dann kann eigentlich Schon nicht mehr viel passieren Die Exe hier läuft auch Ich beuge mich eurem Willen Dort kann ich nicht beschwören Ausbau abgeschlossen Wo soll mein Blut vergossen werden So Eigentlich bräuchte ich jetzt nur noch abzuwarten Meine Geduld ist erschöpft Ich bin erschöpft Ich bin erschöpft So Meine Rache gehört euch Ich werde eure Augen sehen Oh, wo ist er denn? Ich gehe ungesehen Na, kommt er mir entgegen Jo So So Level 6 Death Knight Level 5 Lich So Und jetzt fällt auch der gegnerische Death Knight Gegner geht raus Spiel gewonnen Ich bin ganz ehrlich Von Stufe 24 Also er hat dasselbe Level wie ich Hätte ich ein wenig mehr erwartet Aber egal Game gewonnen Und ich hoffe es hat euch gefallen Und wenn ja Schaut auch im nächsten wieder rein In diesem Sinne Bis bald Euer Ram Ich bin ganz ehrlich Ich bin ganz ehrlich Ich bin ganz ehrlich Vielen Dank.